Wenn man mal ein bisschen hier über die Linie kommt, ja, also muss ich schon sagen. Ich sehe den Ghost leider nicht auf der Minikarte, deshalb weiß ich nicht. Ja, Tierchen. Jetzt weiß ich nicht, wo der Ghost genau jetzt ist. So, einfach jetzt schön gerade bleiben und hoffen, dass man nicht auf die Spur kommt. Ja, tut... Wow. So, jetzt weiß ich nicht.